Hier heute schon auf der Bühne gewesen, Christopher Schnell! Die Mütke leiden, ne? Der ist ja auch gar nicht so weit weg, der kommt aus Hamburg und ich hab gelesen, der ist nebenbei noch Immobilienmakler. Unglaublich, oder? Was für ein cooler Typ. Wollt ihr von dem nochmal ein Autogramm haben? Soll ich sie nochmal nach vorne schicken? Wenn ich den gleich hinter der Bühne nochmal sehe und erwische, dann sage ich dir, ich verdonne dich hiermit, lieber Christopher Schnell, zwei Stunden Autogramme zu schreiben und auf jedem Handy mit jedem von euch ein Bild zu machen. Jetzt machen wir mal das nochmal weiter mit dem nächsten Star hier. Einen, der es wirklich kann, von der Pike auf gelernt und der jetzt auch wieder zeigen wird, dass man Musik nicht nur lebt und abweiert, sondern auch er arbeitet mit euch gemeinsam. Ein tolles Konzert jetzt mit Max Wiesinger! Hallo, Herr Müster! Hallo, Herr Müster! Wie geht's euch? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Ich glaube, um die sieben Stunden, wir kommen ganz aus dem Süden und ich glaube, er ist eigentlich nur drauf, so wie ich das von hier oben sehe. Ja, ich bin Max und ich spiele auch mal die Kerle meiner neuen Platte vor. Heißt Laufen, Lernen, Essung heißt Blitz, Internet. Viel Spaß! Ich bin sehr schnell, wir kommen mit ihm. Wie. Ich bin sehr gut. Wir haben einen Mann, sch 750serst. Ich bin sehr gut. drawing 분�